Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute zeigen, wie die DM-App funktioniert, wie man hier die Coupons einlösen kann und dann beim Einkauf auch Geld sparen kann. Ja, dazu bin ich hier in meiner DM-App, die ich bereits herunterladen und auch installiert habe und habe mich dort auch angemeldet. Und hier sind wir auf der Startseite, hier sind mehrere Angebote. Hier ist auch schon der Hinweis, Coupon für dich und ja, sämtliche Sachen, auch das Sortiment findet ihr hier. Oben rechts habt ihr übrigens den Produktscanner, verlinke ich euch mal auch ein Video hier dazu. Das ist ganz nützlich, da findet ihr sehr viele Informationen über Produkte, wenn ihr die von DM scannt. Entweder wenn ihr die schon zu Hause habt oder sie vielleicht auch im Markt scannen wollt. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Ja, hier geht es jetzt um die Coupons hauptsächlich. Dazu gehen wir mal hier einmal auf die Coupons drauf. Und ja, hier kann ich hier jetzt auch noch meine Coupons mit einblenden lassen. Dazu muss ich mein Konto bestätigen. Mache ich an einem späteren Zeitpunkt, deshalb klicken wir das erst einmal weg. Und ihr seht, nicht aktiviert, 49 und aktiviert habe ich hier ein. Ihr müsst also manuell die Coupons, die ihr haben wollt, aktivieren. Zum Beispiel, wenn wir hier von Nivea was kaufen wollten, können wir das aktivieren. Dann können wir hier 5 Euro sparen. Es sind immer unterschiedliche Coupons. Mal sind es Euro-Beträge, mal sind es Prozente. Mal ist das auch an einen Umsatz gebunden. Bei Nivea mussten wir, glaube ich, 15 Euro umsetzen. Also da müsst ihr einfach mal so durchgucken, was ihr braucht und was zum Beispiel nicht. Und das aktiviert ihr dann einfach. Ihr könnt natürlich auch alle Coupons einmal aktivieren. Was ihr auch machen könnt, ist hier oben rechts einmal reinklicken. Dann könnt ihr die neuesten Coupons oder auch welche, die in Kürze ablaufen, könnt ihr das so einmal ein bisschen kategorisieren. Wichtig ist, wenn ihr an der Kasse seid, es reicht nicht nur einfach, die Apps zu aktivieren, sondern ihr müsst dann auch hier einmal euren QR-Code scannen an der Kasse. Das ist ganz wichtig, damit ihr dann auch das Geld gut geschrieben bekommt. Übrigens auch ganz sinnvoll hier, verzichte auf deinen ausgedruckten Bon. Das habe ich angemacht. So brauche ich keinen Papierbon, sondern kriege den hier in der App und der wird dort auch hinterlegt. Und wenn ich dann mal was umtauschen möchte oder einen Garantiefall habe, habe ich den gleich hier in der App unter meinem Konto eingespeichert. Ja, ich scanne das jetzt an der Kasse und dann wird der Rabatter abgezogen. Und so habe ich dann ganz einfach Geld mit der DM-App gespart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne hier meinen YouTube-Kanal. Das Ganze ist für euch kostenlos. Und wir sehen uns dann auch in einem der nächsten Videos wieder. Macht's gut. Bis dahin.